Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute mal aufzeigen, ob der Poolsauger aus dem Hause Westway für Leadsetzbar-Wirtpools etwas taugt oder nicht. Und wie das geht, sind wir in einer neuen Folge von Jogaklerz. Ja, heute gibt es mal wieder was in Sachen Whirtpool bei mir zu tun. Und zwar geht es darum, dass sich in meinem Whirtpool hier am Boden überall jede Menge Schmutz abgesetzt hat. Ja, und heute möchte ich mal diesen Akkuschmutzsauger aus dem Hause Westway hier euch mal vorstellen. Der ist direkt konzipiert worden für solche Whirtpools, wie wir sie hier haben. Ja, und ist für meiner Ansicht nach für eher kleines Geld zu haben. Gibt es sehr viel teure Ausführungen heutzutage, wenn man da mal in den einschlägigen Geschäften unterwegs ist. Und ich verlinke euch das Thema unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal reinklicken, wenn das was für euch ist. Ja, und jetzt packen wir mal das gute Stück aus hier. Und hier haben wir mal alles heraus, was hier drin ist. Schauen wir mal herein. Und hier ein Stück Plaster, ein Kabel. Und hier kommt schon alles heraus. Eine Stange und natürlich noch eine schöne Bedienungsanleitung in gefühlt 25 Sprachen. Und deutsch steht natürlich an dritter Stelle schon mal nicht schlecht bei von diesen Waldblättern. Ja, warum ein Stabsauger für ein Wirbel ist, ganz einfach zu beantworten, da ja immer Schmutz unten aufliegt oder immer Schmutz unten mit reinkommt. Ja, und ich habe mir das Gerät bestellt, da es hier einen auswaschbaren Edelstahlfilter beinhaltet. Und was natürlich auch schön ist, das Gerät verfügt über eine Akkufunktion und hat eine Laufzeit von ca. 30 Minuten, wenn das Teil voll geladen ist. Und wir bauen das Teil jetzt mal hier zusammen. Das geht hier rucki zucki. Ja, und als erstes nehmen wir hier mal unseren Filtereinsatz, den schieben wir einfach hier herein. Geht ganz einfach. Und setzen hier diesen Aufsatz auf. Bionettverschluss, einmal rumgeklackt und fest sitzt das Teil. Anschließend können wir jetzt hier vorne unsere Düse aufsetzen. Und die Düse hat hier unten auch schon ein paar Bürsten, dass man hier unten auf dem Whirlpool auf dem Boden dann auch etwas sauber bürsten kann mit. Und natürlich schon schöne Räder, dass er hier schön fährt und unseren Whirlpool nicht beschädigt. Und die Randkanten sind hier aus verhärtetem Gummi oder also gummiartig ausgelegt, damit man hier unseren Whirlpool wirklich nicht beschädigen. Ja, und als nächstes tun wir natürlich hier unseren Aufsatz einfach aufschieben. Klack, passt schon mal sehr gut. Ja, und ich fasse ja immer Kunststoff sehr gerne an, um festzustellen, ist das Qualität oder ist das keine Qualität. Und ich muss sagen, das fässt sich hier noch sehr guter Qualität an. Also, das macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Und als nächstes können wir jetzt hier unseren Stiel hier ganz einfach aufdrehen. Zack. Und haben wir natürlich noch eine Verlängerung dabei. Und hier ist natürlich noch eine Folie, eine Schützfolie drüber, dient einem Transportschutz, weil das wird ja meistens immer über China transportiert, über die Schiffe. Und da wird dann auch mal viel Folie eingesetzt, damit man nämlich nicht scheuern kann am Ende. Also, bringen wir mal beiseite. Und können jetzt hier oben hier unseren Aufsatz einschieben hier. Klack. Ja, und damit hat hier unser Akkusauger eine Länge von ca. 1,50 Meter. Sorge und Schreibe, also es ist schon ganz schön. Und als nächstes gilt es natürlich, hier diese innenliegende Batterie oder den innenliegenden Akku hier aufzuladen. Und da haben wir hier einen wunderschönen Anschluss. Und da haben wir natürlich ein beigelegtes USB-Kabel mit dabei. Und haben wir auch einen wasserfesten Anschluss hier, den wir hier einfach eindrücken können. Und dann mit einem USB-Ladekabel hier ganz entspannt aufladen können. So, das habe ich jetzt im Vorfeld schon mal gemacht. Der Akku ist voll geladen. Und jetzt kann ich hier das dann auch verschließen, wieder, äh, wasserdisch verschließen, den Anschluss. Und hier auf der anderen Seite haben wir noch einen Ein- und Aus-Schalter. Und wenn wir den draufdrücken, geht dann unser Sauger an. Und bitte den Sauger nur unter Wasser betreiben. Das ist ganz wichtig, dass wir den hier im Luftleerlauf so laufen lassen. Und von daher ist das eine schon wunderschöne Geschichte. Also, da macht qualitativ wirklich was her. Und ich muss mich nochmal korrigieren, Laufzeit bis zu 50 Minuten und nicht bloß eine halbe Stunde. Von daher denke ich mal, dass das hier passen sollte. Jetzt gehen wir mal rüber zum Whirlpool und fangen wir mal an, hier das Teil mal auszutesten. Ja, was aber noch ganz wichtig ist, dass wir eine Wassertiefe von 45 Zentimeter bis 1 Meter 40 haben müssen. Und jetzt hole ich mal mein Zollstock hier herbei. Und dann messen wir mal die Wassertiefe und da haben wir 49 Zentimeter. Also, da liegen wir schon mal im Limitbereich voll drin. Und die Wassertemperatur sollte 4 Grad nicht unterschreiten und 35 Grad nicht überschreiten. So, und jetzt nehme ich das Teil und tauche es schon mal ins Wasser ein. Vorher, dass wir mal ein bisschen Luft raus blubbern. Gluck, 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 gluck. Und jetzt kann ich anschließend mit dem einen Schalter hier drauf drücken und das Teil mal in Betrieb setzen. Da seht ihr schon mal hier, wie das Wasser hier raus spritzt. So, und gehen wir mal runter auf den Grund und jetzt fange ich mal an, hier meinen Schmutz hier einzusaugen. Zack, langsam, damit wir hier nicht so viel Schmutz aufwirbeln. Oh, zurück, ja. Und der saugt schon ganz schön los hier. Macht natürlich auch keinen Lärm, ist auch wichtig. Da haben wir heute auch Sonntag haben, machen wir nämlich keinen Lärm. So, und hier vorne habe ich auch noch ein paar Blätter mit drin liegen. Man sieht, ob er die auch mit einsaugt. Und wie es aussieht, ja, holt er die auch mit raus. So, kommen wir auch schön in die Ecken rein mit dem Teil. Weil bei dem kleinen Wirrpuls hier dann auch immer viele Ecken und Kanten. Und jetzt schauen wir mal hier vorne. Also ihr müsst das Teil langsam bewegen, denn sonst tut er natürlich schon den ganzen Schmutz aufwirbeln unten. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache hier. Ganz einfach. So. Brauchen wir natürlich viel Zeit. Aber das Teil, holt hier den Dreck aus, staune selber. Also, muss man sagen, für das Geld spielt das Sinnklasse hier. Also, kann man wirklich hier auch ringsherum schön fahren. So. Hier haben wir noch ein großes Platz. Hat er auch mit weggenommen? Nee, oder? Schauen wir mal das große Platz. Ja, das ist weg. Einmal frei. So. Fahren wir mal ringsherum. Und so kann man den ganzen Wirrpuls hier abgehen. Kann man natürlich in fünf Minuten nochmal wiederholen, weil wir uns doch ein bisschen Schmutz aufgewirbelt haben. Damit wir hier jeden Schmutz ab- oder reinbekommen in den Stabsager. Und, aber so spielt das Teil hier nicht leicht. Also, bin ich ein bisschen begeistert. So, jetzt holen wir das Teil mal raus. Zack. Und, jetzt schauen wir mal, wie man den hier reinigen kann. Gehen wir mal rüber. Ja, und zum Reinigen ist das auch eine ganz einfache Geschichte. Da drehen wir den einfach bloß rum und lassen den leerlaufen. Das lasse ich jetzt mal auf dem Tisch laufen. Das ist nicht schlimm. Und ich kann hier vorne einfach, na, Wespe, gehen wir ein Stück rüber. Tü, tü. Gehen wir rüber. Und kann hier vorne einfach die Bayonett vor Schluss wieder lösen. Ja, und da können wir hier unser Edelstahlfilter schon entnehmen. Und wenn wir mal hier reinschauen, sehen wir, alles voller Schmutz. Und das können wir jetzt unter fließendem Wasser ausbauen. So, das Filter ist jetzt gereinigt. Könnte jetzt wieder eingesetzt werden und weiter gesaugt werden. Aber ich lasse ihn jetzt hier ganz entspannt auftrocknen. Also, dass er jetzt alles schön abtrocknet. Und dann kann ich das auch in den Keller stellen, in der Ecke, dass er immer einsatzbereit ist. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mal aufzeigen, ob das Teil was taugt. Von mir absolute Kaufempfehlung für die kleinen Wordboos. Absolut zu empfehlen für riesige, größere Swimmingpools. Es gibt natürlich größere Alternativen. Aber für so einen Leadsetspar-Lordpool ist das hier eine sehr schöne Sache und lässt sich da einfach handhaben. Ja, und das soll soweit gewesen sein. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt's. Bis zum nächsten Mal. Ja,